Ich bin Tanja Peter, bin schon seit elf Jahren bei der UZIN UZAG und seit vier Jahren im Vorstandssekretariat. Was ich an der UZIN UZAG sehr schätze, ist, dass es sehr menschlich zugeht. Es ist halt nicht zwingend erforderlich, dass ich immer im Büro bin. Deshalb kann ich das auch ganz gut dann mal von zu Hause aus machen. Ich habe zwei Mädchen. Die Amelie ist zehn oder fast zehn und Antonia ist achteinhalb. Und die wissen natürlich schon, die Mama muss morgens auch aus dem Haus und muss arbeiten gehen. Ja, und mittags bin ich ja für die Kinder da. Und die sind ja jetzt schon in dem Alter, wenn die natürlich, die haben ihre Freizeitaktivitäten, da brauchen die mich ja dann auch nicht ständig. Da kann ich dann ganz gut von zu Hause arbeiten. Also das ist für mich keineswegs selbstverständlich. Ja, ich weiß das schon sehr zu schätzen. Ja, es gibt zwischenzeitlich einige Mamas, die wieder zurückgekommen sind und die auch im Prinzip ähnlich arbeiten wie ich. Also perfekte Work-Life-Balance ist für mich, dass ich arbeiten gehen kann und für meine Familie da sein kann. Und das macht mich glücklich. politisch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020